aber schön dann ist das spiel luigi hafter als je zuvor ich genieße es ja immer wenn ich als luigi spiele anstatt grüner green mario es ist nämlich wunderschön und befreit mich von all meinen ok das ist das ein grafikfehler ich hoffe es was denn keine ahnung es sieht ein bisschen komisch aus von hinten ja nur die perversen sachen ach ach eine rolltreppe ok ok rolltreppe schöner weg ja auch scheiße ok ich vergiss die rolltreppe hey guck mal luigi rutscht auf den knien da ist cool los 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 geh hoch um mann das ist eine scheiß stelle du stehst auf dem wasser du bist mose ich bin mose das war jesus nein jesus klar doch er ich habe mir legionier wirklich aufgepasst könnte auch so gut 2 aber ich spiel nach ihr und streiten uns über so einen scheiß aber ich weiß dass ich recht habe ich habe ich meine spieler habe immer noch recht was was bei mir bist du zwar nicht zweimal gestorben oder das sah so komisch aus als wenn der stachel in seine fresse ging ja das kann ich ja in deiner aufnahme dann sehen wie du das meinst ok ja du bist nicht gestorben aber das ding war in seiner fresse das sah ein bisschen so mäßig aus alles was so mäßig ist ist immer gut Phillip kopf ich laughing ich hab keine marcel ich hab keine war ihr die masterhand so alter stinker jetzt kommt die creche presented aber eben ermitt目前 reich molta Pele wird effects das war er hat echtmann schön okay noch das Da 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 da, safe okay. Tag ist schön, der gefällt mir. Okay. Jetzt geh ich Welt 15. Welt 15. Das ist ja 2. Hey, hey. Meine Nase juckt. Schon wieder. Schon wieder. Also bei Mario könnte man ja nicht normal springen. Sammelt die drei Münzen, dann kriegst du ein Leben. Hui. Hey, hab ich auch nicht drauf geachtet. Jetzt wird's spannend, oh. Es wird spannend. Er kommt auf mich zu. Es kommt direkt auf mich zu. Das war so schön. Das war die erste Folge, die ich hier gesehen hab. Damals war ich da, 11 oder so. Bei South Park. Ja, in South Park. Die erste Folge. Äh, ich hab den getreten im Hinter. Der hat mich schon total geprägt. Es kommt direkt auf uns zu. Kann ich hier rein? Null. Oh, Chuck. Was? Nein. Der Chuck war ja blau. Ich dachte, der wäre grün. Das war elegant und sexy. Na, steht's einfach auf die kleinen E-Must, ne? Ja. Ich kann gar nicht rutschen. Wie, kannst du nicht rutschen? Muss aufm unten Knopf drücken. Geht nicht, guck. Doch, klar geht das. Wie, rutschen. Luigi rutscht aufm Knien. Das hab ich eben gezeigt. Das find ich total episch und unglaublich und wunderbar. Dass Luigi endlich mal seine Chance bekommen hat. Luigi endlich mal seine Chance bekommen hat. Hm, was da wohl drinnen sein müssen. Jetzt erst mal 5 Sekunden Pause. Springen. Wenn du so weitermachst, schaffst du wegen der Zeit überhaupt nichts mehr. Oh, scheiße. Fire Flower. Geh kaputt. Flup. Episch. Ich bin ja schon genauso gut wie Imero. Wer? Haha. Nein, ich bin so schlecht. Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Ich würd eher mittelmäßig sagen. Oder untere Mittelschicht. Man weiß es nicht so genau. Was ist das denn? Ein Bullet Bill. Ne, Quatsch. Wer ist denn die Banzai Bill? Ich wusste, dass die Banzai... Der teilt sich egal. Oh, 23. Hey, Moment mal. Wo werden denn die Punkte denn gezählt? Die Bonus. Da zusätzlich. Ja, aber wo? Da wird doch sonst immer gezeigt. Da zusätzlich, man. Ja, aber das wird niemals irgendwo aufgedruckt. Ah, du erzählst scheiße. Ich werd mit dir um einen Puffi. Ach ja, warte mal. Wir haben ja gar nicht die Map gezeigt. Die Map? Ja, also die Map ist aus dem originalen Super Mario Bros. Also da wurde er nicht verinnert von Super Mario Bros. Und die sieht auch ein bisschen aus wie bei Super Smash Bros. Brawl. Es ist ein Pilz. Es ist ein Beta-Element, ein Pilz. Es ist... Mehr gibt es nicht. Ja, so klein war die Welt ursprünglich gedacht. Hier, hier, hier. Der rutscht so aufm Knien. Das sieht doch voll episch. Das sieht voll schwul aus. Ich weiß. Auch ich mag es. Was? Hast du den Piranha gesehen? Ey, Beta! Beta ist eigentlich schlechter als das Original. Normalerweise. Außer Luigi. Luigi ist besser. Was soll ich den jetzt holen? Ja, ist mir jetzt auskommt. Das ist viel besser als das, was wir da vorgespielt haben. Wo ich jetzt nicht erwähnen will. Den Namen vielleicht nicht erwähnen. Aber in einem Special kommt doch... Nein! Ekrischen Phase Moments kommst doch vor, oder? Nein! Dieses genannte LP kommt nicht vor. Das... Ey, ey, guck mal, wie der Luigi aussieht, wenn er schießt. Oh! Oh! Als... Als... Als wenn man dem einen auf die Lust geben. Oh, scheiße. Dieses genannte LP, was... Du weißt, wovon ich rede. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich bin kein Vollidio. Yoshi! Ja, meine Fresse! Wie geht's denn so? Aha. Der mag dich also. Der Yoshi mag dich also mehr als mich. Obwohl ich Mario bin. Das liegt an der Farbe. Grün und grün, das Yoshi siehst du gut. Du siehst immer noch aus wie du, Yoshi. Ja. Schön. Oh, bist du dumm, ey! Gratze, bleib hier. Oh, bist du dumm! Der schießt gar kein Feuer. Ja, wieso? Das war ein grüner. Kann so. Ähm, beim Mario World haben... Jeder Feuer. Ne, ne, der verbaut seinen roten Yoshi. Nein, Feuer schwuppen konnten die auch. Die nur als normalen. Skill! Skill! Du hast es verkackt. Du hast verkackt. Du hast verkackt. Du hast verkackt, Mann. Ja. Und? Ja, du hast es verkackt. Ey, hast du ja gesehen, was der gemacht hat? Der hat so gezeigt so. Bam bam! Der hat vorher einen auf lässig gemacht oder so. Die soll mal sagen, Mario time! Mhm. Ach du, ich hab schon keinen Bock mehr. Ja. Haha. Einfach Sonderweil. Da freut's dich doch. Ich werd den Treffer jetzt erstmal ignorieren. Und ich werd einfach mal hier so oben lang gehen. Boah! Schieb, schieb! Boah! Kann ich hier rein? Ich hoff was man, ich brauch nen Pilz. Nein! Ja! Nein! Ja! 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 Und Sito und Flea und alle zusammen. Oder wie die heißen. Und Eistee. 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 Eistee ist Rapper. Scrap. Crapper. Okay. Wenn wir jetzt grade von Eistee reden. Oh! Da kann man rein! Wieso hast du es nicht ausprobiert? Direkt die erste Röhre. Cool, der rennt automatisch. Okay, jetzt rennt der nicht mehr rein. Hm, hat gut geschmeckt. Eistee? Ja! Ich hab auch Eistee neben mir stehen. Da steht Partia drauf, ne? Achja, das ist ja deine Marke. Meine Marke ist ja Nasty. Alle wissen warum. Ich hab ernsthaft ne Nasty Flasche. Pfirsich. Pfirsich, ja. Ich weiß aber warum. Ja. Ja, das ist ein Insider. Das wird jetzt durch ganz YouTube und dann... Ich will nicht, dass das ein Insider ist. Mal, äh, ja. Im Endvideo sollte mal ein Link dazu jetzt stehen. Und so ein Klick mich-Button oder so. Hier ist noch ne Röhre. Du hättest mal besser aufpassen sollen. Und? Wenn ich später ein berühmter Hollywoodstar bin, dann, äh, dann erwähne ich das auch mal. Du als Hollywoodstar? Ja. Wieso redest du die ganze Zeit von Hollywoodstar? Hast du überhaupt schon mal Gedanken gespielt überhaupt zu Schauspielern? Ja. Ja. Kannst du das denn auch? Wer? Imitier mal... Imitier mal... Imitier mal... Äh... Äh... Homer Simpson. Wen? Niemanden. Da ist noch ne Röhre. Da ist schon die dritte verdammte Röhre, wo ich reingehe. Mann, du hast wirklich gepennt. Ich hab grad nicht verstanden, wen soll ich imitieren? Homer Simpson. Ist doch Homer Simpson? Ja, kennst du den? Ne, das kann ich nicht. Den kannst du nicht. Gut. Ich kann aber Cartman machen, aber dazu muss ich ein Wort sagen, das ich nicht gerne erwähnen will. Ach so, für unsere lieben unserer 12-jährigen Zuschauer. Nein, ich mein um unsere, ähm, Zuschauer, die nicht aus Deutschland kommen. Deutschmann, komm. Ja, äh... Ja, es kann ja auch sein aus... Ja, es kann ja auch sein aus... Das ist rassistische Schweine, ey. Ach so, irgendein Nazi-Wort? Ja, okay. Das ist nicht eher... Das ist, das ist, ähm... Rassistisch gegenüber den scheiß Hippies. Äh, ich mein, gegen den Hippies. Das gefällt mir schon nicht. Kommst du überhaupt drauf, dass Hippies... NEIN! Ich, ich wusste das nicht. Ich tu mir nein. Boah, willst du überhaupt wissen, ob Hippies jetzt eine Nationalität sind? Ja, das weiß doch jeder. Genau wie Juden, oder was? Nee, Hippies sind aber... Hab ich auch schon Leute getroffen, die meinten, äh, Juden... Keine Ahnung. Juden werden ja ein bestimmtes... Also Volk einer... Nicht ne... Also... Jetzt nicht ne Religion, sondern ein Staat. Nein, das hat mit den Juden gar nichts zu tun. Ich mein, die Hippies, weil... Die Hippies sind zu scheiße, um irgendwie... Eine Religion oder so was anzuhören, oder... Oder überhaupt menschlich zu sein. Weil Hippies sind an sich überhaupt nicht menschlich. Die Hippies sind scheiße. Die, äh... Der hätt sich mal ruhig in den 60ern darüber aufreden... Äh, aufreden können. Ja, ich hab... Ich hab letztens erst nen Hippie gesehen, ne? In meiner Wand, ey. Den hab ich gekillt. Der Wichser ist gestorben. Hatte er Schuhe an? Ich wette, der hatte gar keine Schuhe an. Nein! Der hatte so Schuhe... Halbschuhe. Mit so ne Blumen drauf und vorne war alles kaputt. Für immer. Für immer. Bist du dumm, ey. Du bist immer so blöd wie so'n Hippie. Du bist direkt in das Ding gesprungen. Sei mal ruhig. Ey, das ist meine erste, na endlich. Meine erste Pflanze hier. Wer ist das Ding? Platz! Platz! Oh, oh, ein Guru. Oh, Masterhand. Cheater. Schütz. Wie du cheatest, ey. Natürlich. Obwohl ich nicht mal Mario bin. Okay, das bringt mir jetzt gar nichts. Das war klug. Du bist ein kluger Mensch, Junge. Du... Du weißt schon, was man alles anstellen kann. Zum Beispiel kann man gegen einen Baum fahren... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... Tschüss. Die Situation war hier zum Beispiel knifflig. Alter, geh da rein. Okay. Masterhand! Oh, das ist auch keine Ahnung. Lemmy Cooper. Lemmy... Kauf ich doch mal. Ich glaube, das ist Lemmy Cooper. Wieso das Iggy... Nicht Iggy ist? Weiß ich schon mal. Oh, was? Oh. Scheiße, ich glaub schon. Ey, Luigi hat gewonnen! Er war leichter als Iggy. Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Das ist... Justo! Justo! Ich bin Luigi! Ich hör das ganze Spiel jetzt am Stück auf. Ich hör das ganze Spiel jetzt auf Italienisch weiter. So, Moment! Moment! Das ist gut. Okay. 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 Wenn du das so spät, was du. Wann? Wir machen jetzt ganz andere.